Zinschance, ein schöner Name für ein Unternehmen, das dann eben schöne Zinsen auf Festgehörer verspricht. Leider ist Zinschance als Unternehmen ein schlechter Betrug. Nichts ist echt. Wir wissen, wer dahinter steckt. Aber das hilft Ihnen im Moment nicht weiter. Haben Sie überhaupt eine Chance, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen? Das ist ja die wichtigste Frage für Sie. Ja, die Chancen sind besser, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das geht, verrate ich am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an. Hallo, ich bin Annegretchen Waldjoch und Ress zum Thema Zinschancen. Ja, das ist so ein Modell, das uns bestens bekannt ist. Und auch die Leute dahinter, die kennen wir schon. Immer der gleiche Weg, immer die gleichen schönen Namen. Nichts ist echt. Alles ist Liebe. Es dient dann dazu, Ihnen Ihr ganzes Geld wegzunehmen. Passen Sie also auf. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Wissen oder ahnen nicht, dass eine Stabanzeige doch nur dazu dient, die Täter zu fangen. Aber nicht dazu, die man es nicht vorhören, nicht dazu, die ihr Geld zurückbekommen. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Wir machen das anders. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur war anders. Was? Das kann man heute ergänzen. Wenn man die richtige Technik benutzt, Raketentechnologie, dann kann man die Spur des Geldes verfolgen, digital verfolgen. Das machen wir mit einem Erfolg, der viel höher ist, als Sie sich das immer vorstellen können. Wenn Sie mehr wissen möchten, wenn Sie wissen möchten, wie wir das machen, rufen Sie mich gerne an unter 0308 859770 oder gehen Sie gerne auf unsere Website. Lese den Artikel dazu. Und Sie finden dort auch einen Fragebogen. Wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen, bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen Ihnen, ob wir den Fall übernehmen können. Wenn ja, muss hinreichende Erfolgsversicht bieten, nennen. Wenn ja, dann sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Die Einschätzung selber ist kostenlos. Mit dieser Einschätzung bekommen Sie alle Informationen, kennen Sie alle Fakten und sind deshalb in der Lage, die für Sie passende Entscheidung zu treffen. Warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, wissen Sie schließlich selber am besten, oder? Was ist das, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen,